Ach, so ein Dreck. Was haben Sie da? Dienstplan für die Studenten. Mach ich jetzt zum Spaß. Wir sind in mehreren Allianz-Einheiten tätig. Verstärken Barrieren, modifizieren Munition, solche Sachen. Und wie halten Sie sich? Bestens. Und Sie müssen keine Dienstpläne lesen, wenn Sie Landgang haben. Also, ich finde das Leben beim Militär bekommt Ihnen gut. Gut. Hey, die Rückkehr zur Allianz war Ihr Wunschtraum, nicht meiner. Ach was. Jede Menge Kämpfe, Kost und Logis frei und verlässliche Kameraden. Ja, Ihre kleine Selbstmord-Truppe hat mir einiges über Teamwork beigebracht. Übrigens, danke dafür. Meine Jungs sind gut. Sie unterstützen, kämpfen ein bisschen, aber nicht direkt an der Front. Sie haben schon viele Leben gerettet. Mit Ihnen wär's um einiges lustiger. Da sind die Kämpfe größer. Aber die Kleinen sind hilflos ohne mich. Ich muss bei Ihnen bleiben. Ich bin nämlich jetzt verlässlich. Und daran sind Sie schuld, Shepard. Dann los. Was? Die Dienstpläne können warten. Sie haben jetzt Landgang. Jeder weiß, dass Sie nicht tanzen können. Was ist noch ein peiniger Moment. Und dann es ist dann gelasen Wasser. Sie werden bereits dafür components.